Die ganz große Aufwärtsfantasie ist ein bisschen raus aus dem Markt. Was das für den DAX bedeutet, das erfahren Sie gleich. Hallo Herr Goldberg, im Aktienmarkt sehen wir eine richtige Achterbahnfahrt der Kurse. Trotzdem scheinen sich unsere befragten Investoren nicht weiter davon beeindrucken zu lassen. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach? Ja, es ist tatsächlich so, dass es ein bisschen Bewegung gibt. Es ist aber so, die ganz großen Impulse, die scheinen jetzt so langsam auszubleiben. Wir schauen mal auf das, was die institutionellen Anleger gemacht haben bei unserer heutigen Befragung. Da stellen wir also fest, dass der Börse Frankfurt Sentiment Index einen Blick auf die Grafik zeigt. Der geht hier um fünf Punkte zurück und liegt jetzt nur noch bei plus fünf im Vergleich zur Vorwoche. Das heißt, man hat vor allen Dingen den Anstieg vor knapp einer Woche dazu benutzt. Über die 14.000 ging es ja mal ganz kurz drüber. Da hat man vermutlich versucht, hier ein paar Gewinne mitzunehmen. Viele Akteure sind es nicht gewesen, die das gemacht haben. Danach ging es ja dann bekanntlich runter, ganz ordentlich, in einer Größenordnung von drei Prozent. Und jetzt haben wir uns zwischenzeitlich wieder mal erholt gehabt. Die Privatanleger haben Gewinne mitgenommen. Die Panels zwischen institutionellen und privaten Anlegern haben sich wieder angenähert. Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach? Das ist insgesamt natürlich eine ähnliche Tendenz bei den Privatanlegern zu sehen. Hier haben wir also auch einen Rückgang im Börse Frankfurt Sentiment Index und zwar um sieben Punkte. Wir sind hier auf einem Stand von plus neun. Die Privatanleger, sie sind ja ein bisschen optimistischer, aber auch hier hat es Gewinnmitnahmen gegeben. Das sind keine großen Positionierungen, auch nicht bei den institutionellen Anlegern. Das sind keine großen Bewegungen. Das ist letzten Endes nichts anderes als eine kleine Art Justierung, kleine Gewinnmitnahmen. Hier bei den Privatanlegern sind noch ein paar dazugekommen, die sich auf die Short-Seite gesellt haben, aus dem Lager der Neutralen. Deswegen hier der Ausschlag etwas größer. In der letzten Sentimenterhebung letzte Woche haben Sie geschrieben, dass die Ausgangslage des DAX aktuell nicht günstig ist. Würden Sie das in dieser Woche nochmal so wiederholen? Also in der vergangenen Woche war ich nicht ganz so optimistisch eingestellt, wenn ich ehrlich bin. Das hat sich jetzt verbessert. Wir dürfen natürlich eines nicht vergessen. Die großen Themen sind jetzt praktisch abgearbeitet. Was hier dazugekommen ist, auf der einen Seite natürlich die Angst davor, dass die Covid-19-Impfung, dass das nicht so richtig vorangeht. Die Mutanten, die Covid-19-Mutanten, das hat hier zur Zurückhaltung geführt. Auf der anderen Seite natürlich auch in den USA. Da gab es ja immerhin vor einer Woche haben wir immerhin, vor knapp einer Woche haben wir die Vereidigung Joe Bidens gehabt. Da haben wir ein kleines Kursfeuerwerk gesehen. Davon haben wir hierzulande leider nichts mitbekommen. Aber in den USA ist natürlich auch die Hoffnung auf das große Konjunkturpaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar das gewesen, was die Märkte angetrieben hat. Hier gibt es also auch Ernüchterung, weil das alles nicht so schnell geht. Und vor allen Dingen vor Mitte März offensichtlich noch nicht mal mit einem Teilpaket zu rechnen ist. Hier hat sich also Ernüchterung breit gemacht. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich nach wie vor, vor allen Dingen im angelsächsischen Raum, gibt es die Blasendiskussion. Sind wir in einer Spekulationsblase? Und das ist das, was die Markthema hier bewegt. Und dafür ist es hier beim DAX tatsächlich merklich ruhig. Man kann eines sagen, wir werden uns vermutlich eher seitwärts bewegen mit einer leicht steigenden Tendenz. Die Untergrenze wird wie in der Vorwoche so etwa bei 13.450, 13.500 Zählern zu finden sein. Das ist das Niveau, wo vermutlich die Investoren bereit wären einzusteigen. Zumindest erste Nachfrage erwarten wir dort an der Oberseite dann doch ziemlich weit weg. Die 14.200, 14.250 Zählern, falls es hochgeht. Das wäre dann der Bereich für Gewinnmitnahmen. Heute haben wir noch die Sitzung der US-Notenbank. Das sind also alles Dinge, die hier dafür sorgen, dass man hier versucht, sich neutral zu halten. Also meine beste Aussage wäre tatsächlich die, relativ stabil in einer Seitwärtsbewegung natürlich dann mit den Kaufgelegenheiten an der Unterseite. Danke für Ihre Einschätzung und bis nächste Woche. Danke für Ihre Einschätzung.